Hallo aus Norwegen. Wer viel fängt, der muss natürlich auch den Fisch versorgen und darum zeigen wir euch in dieser Folge auf AnglaborTV, wie ihr schnell und einfach einen Dorsch küchenfertig filetiert. Ganz wichtig ist natürlich das richtige Gerät neben einem richtigen Filetiermesser, mit dem ihr sehr gut schneiden könnt, was scharf ist, ist es immer gut einen kleinen Schärfer dabei zu haben. Dann zieht man sein Messer ein paar mal durch, dass das richtig schön scharf ist, denn auf die Klinge kommt jetzt Arbeit zu. Wir nehmen einen schönen Dorsch, perfekte Küchengröße, wie sich das gehört, damit das Filet schön weiß ist, haben wir den an Bord gekehlt, direkt nachempfangen. Beim Filetieren beginnen wir mit einem Schnitt hinter der Brustflosse, dann legen wir die Messerklinge so an, ziehen bis zur zweiten Rückenflosse auf Höhe des Afters, stechen einmal durch, legen das Messer flach, ziehen bis zur Schwanzflosse das Filet ab und dann arbeiten wir das Filet frei. Der erste Schnitt, wie gesagt, dafür nehmt ihr die Flosse hoch, zieht hier entlang, das Messer gleitet dann von selbst, schneidet hier nochmal nach. Wir haben jetzt den Fisch nicht ausgenommen, stecken hier durch, setzen das Messer hier hinten an und ziehen die Klinge bis auf die Mittelgräte runter. Hier seht ihr die Mittelgräte, an dieser orientieren wir uns, ziehen mit der Klinge hier schön nach, ihr seht, ein scharfes Messer ist wirklich essentiell wichtig, sind auf Höhe des Afters und stechen hier durch und führen das Messer jetzt entlang der Mittelgräte nach hinten durch. So, nun arbeiten wir uns an der Bauchhöhle entlang, mit kleinen Schnitten, ziehen hier einfach das saubere Filet ab. Und so haben wir ein sauberes Filet geschnitten, von einem Dorsch, ohne den Bauchlappen mitzunehmen. Das Filet auf der anderen Seite funktioniert quasi gleich. Rät den Tisch um, macht einen Schnitt, Bauchhöhle durch. Hier hatten wir uns schon an der Mittelgräte entlang gearbeitet. So. Wieder durchstechen. Zack. Zack, zack, zack. Den habe ich auch ohne Bauchlappen filetiert. Die Filets haben wir nun. Anschließend ziehen wir noch schön die Haut ab. Dazu legen wir das Messer hinten an, gehen auf die Haut runter, dass wir einen Anfang haben. Halten das Messer fest und bewegen eigentlich nur die Haut und arbeiten so das Filet von der Haut. Hier haben wir das saubere Filet und hier die Haut mit den Schuppen. Anschließend könnt ihr es noch portionieren. Wer es komplett geregenfrei haben möchte, fühlt hier noch einmal entlang. Macht gegebenenfalls einen Fauchsschnitt. Portioniertes, ein schönes Schwanzstück und ein schönes Rückenstück. Frisches, feines, sehr leckeres Dorschfilet. Wenn euch dieses Video gefallen hat, abonniert den Kanal, gebt uns ein Like und kommentiert gern. Wir sehen uns im nächsten Mal.